Das Einzigartige an diesem Markt ist das Denkmalgeschützte Straßenbahnepo. Unsere Sortimente und meine Mitarbeiter, meine Marktmannschaft, die den Markt mit Leben füllen. Eines der wichtigsten Sortimente bei uns hier im Laden ist der Landmarkt. Das Besondere am Landmarkt ist, ich nehme mal ein Beispiel beim Obstgemüse jetzt in der Erdbeerzeit. Ich rufe einen Bauern an, der liefert mir 20 Kisten Erdbeeren morgens. Ich merke, diesen abverkauft, ich kann sofort wieder anrufen. Eine Stunde später habe ich wieder 20 Kisten frische Erdbeeren, die noch warm vom Feld gepflückt sind hier im Laden. Das ist einer der Lieblingsplätze bei mir im Laden, die Blumenabteilung. Meine persönliche Leidenschaft, die ich auch selber betreue mit noch einer Mitarbeiterin. Unser umsatzstärkster Artikel ist das Jahrwasser zum Discountpreis. Aber natürlich haben wir auch einen Champagner, der 599 Euro kostet, von dem ich bis zu drei Flaschen im Jahr verkaufe. Mein persönliches Lieblingsprodukt ist der Hermann Grauen Dessert, den ich mir jeden Tag kaufe, damit ich abends noch eine gute Nachtübert habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017